Und das ist die Art und Weise, wie es die Leute von Mohammed, a.s.w. gemacht haben. Sie haben, wenn sie miteinander gesprochen haben und gefragt haben, wie alt bist du, gesagt, ein Jahr, zwei Jahre, dann wusste jeder genau, dass damit gemeint ist, wann sind sie dem Islam beigetreten. Wenn jemand dem Islam beitritt, einige überraschende Sachen passieren dann in dieser Minute. Ein Teil des Wortes Islam bedeutet, zu folgen, zu gehorchen und dem zuzustimmen. Und das ist, wenn er das sagt, der Tag, an dem er dieses Abkommen oder diesen Vertrag unterschrieben hat. Und dieses Abkommen ist es, niemand anderen anzubeten außer Allah. Ihm zu gehorchen, ihm und seinen Geboten. Ihm zu dienen und ihm alleine nur zu dienen. Und keine anderen Götter neben ihm zu haben. Und dass man nicht irgendwelche Namen von ihm auf falsche Art und Weise benutzt. Und das sind ein und dieselben Gebote, die wir für die Juden, Christen und die Muslime finden. Es könnte eine einfache Gemeinschaft geben, oder Einheit zwischen den gesamten Menschen dieser Erde. Nämlich, wenn wir auf diesen Punkten übereinstimmen würden. Und Allah sagt uns im Koran, den Leuten des Buches, also Juden und Christen zu sagen, O Leute der Schrift, oder des Buches, lasst uns zusammenkommen zu einem Abkommen. Dass wir niemanden anbeten außer Allah. You know this in Arabic? The microphone, I want to hear it, tell them. Come to a word between us. An agreement. That we will worship none but Allah. Dass wir zu einem Abkommen kommen. Nämlich, niemanden anderes anzubeten außer Allah. And we call, actually, the people of the Bible, look in your Bible. We have no problem, read your Bible. Wir haben kein Problem, in die Bibel zu gucken. Und dort finden wir das. Lest einfach die Bibel. Und sie werden das, was wir sagen, in ihrem eigenen Buch wiederfinden. Und deswegen sage ich immer wieder, Wir Muslime müssen die Ersten sein, die an Adam und Ibrahim und Noah oder Nuh. Musa. Musa. Just a translation. Musa. Und Suleiman. David, Suleiman. David und Suleiman. Und Jesus dem Christus glauben. Exactly. Weil sie alle die selbe Sache gesagt haben. Weil sie alle dieselbe Sache gesagt haben. Sie sagten zu ihren Völkern, Oh, mein Volk. Es gibt nur einen einzigen Gott. Dient ihm allein. Worship your God and my God. Dient eurem und meinem Gott. Your Lord and my Lord. Eurem Herrn und meinem Herrn. Und dies ist der wahre Erfolg. So, inshallah, for me it's easy, because I do it all the time. But how easy it is for somebody, who thinks I don't need to do it, how easy would it be to just stand up and do your Shahada. Für mich ist es jetzt einfach, weil ich selber das andauernd immer wieder mache. Du redest die Frage, wie einfach ist es für die anderen, einfach aufzustehen und noch einmal die Shahada zu sprechen. And don't do it if you don't mean it. Und tut es nicht, außer wenn ihr wirklich sicher seid und es auch so meint. If we have anybody who is not Muslim yet, they can come up here with us. Warte doch mal bitte. Warte doch mal bitte. Diejenigen von euch, die im Zweifel sind oder noch nicht genau wissen, sie können auch nach oben kommen. If anybody would like to join us up here, they can. But this, if you don't mean it, don't stand up. Wenn es jemand nicht möchte, soll er sitzen bleiben. But this is only for the one who say, I need to make public today. I want to say, I really believe there's only one God. Das heißt also, nur diejenigen, die wirklich sagen, ich bin davon überzeugt und will Muslim sein, diejenigen sollen aufstehen und die Shahada sprechen. If we have anybody, if we have anybody who is not Muslim yet, they can come up here with us. Warte doch mal bitte. Warte doch mal bitte. Diejenigen von euch, die im Zweifel sind oder noch nicht genau wissen, sie können auch nach oben kommen. If anybody would like to join us up here, they can. But this, if you don't mean it, don't stand up. But this is only for the one who say, I need to make public today. I want to say, I really believe there's only one God. And I want to have my own relationship with Him. Perfect. Everybody understand. She didn't get it. Then sit down. Now she's asking, what knee should we take for this? Just listen. with your ears. We're going to do it. Real easy. First thing is, what we're going to say is exactly what we mean by what we're going to say. That I really believe what I'm saying. And I'm bearing witness to it in front of Him and everybody. And that it's that there's only one God. That it's that there's only one God. He has no partners. It means no Trinity. It means no Sons or Daughters of God. That it means no Sons or Daughters of God. One God only. Nur ein einziger Gott. This is first. That is the first. The second thing is that I want to do what He wants me to do. And when I want to say thank you, I say it to Him. And when I need help, I'll ask Him. When I need guidance, I'll ask Him. I will put Him first. With this in my mind and this in my heart, then I declare I bear witness that there is none to worship except Him. He has no partners.